Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder beim neuen Let's Stream Graveyard Keeper. Wir haben letztes Mal das Spiel begonnen und ich musste leider frühzeitig aufhören, weil ich einen Wackelkontakt im Kabel hatte und ihr ständig gesehen habt, dass ich meine Verbindung verloren habe. Ich habe den Fehler aber zum Glück jetzt wieder behoben und heute machen wir einfach weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben das Flüchtlingslager letztens entdeckt, das gucken wir uns gleich nochmal an. Und ganz nebenbei speichern kann ich, indem ich schlafen gehe. Okay, das habe ich das letzte Mal ja, ich dachte das geht noch anders, aber anscheinend ist das die einzige Möglichkeit, wirklich schlafen zu gehen. Ja, beginnen wir gleich. Wir haben ja schon ein paar Tage hinter uns. Okay. Okay. Wunstein. Ich muss erstmal gucken, wie ich mich da jetzt hinterleportiere. Wie kann ich irgendwas herstellen? Nein. Teleportieren wir uns erstmal zum Flüchtlingslager. Da gucken wir uns jetzt erstmal ganz in Ruhe um, was hier los ist. Was können wir bauen? Wir können neue Flüchtlinge mit der freie Ort und Flüchtlingszufriedenheit. Heute Morgen habe ich mir einen ehemaligen Diener meines Vaters gesprochen. Er hat von der Unterdrückung durch die Inquisition erzählt. Die Leute leben in Angst. Niemand weiß, ob er nicht der Nächste ist. Diese Atmosphäre der Angst wächst immer weiter. Haben sie schon daran gedacht, die Stadt zu verlassen? Sie haben zu viel Angst. Für ihre Sicherheit zahlen sie hohe Bestechungsgelder. Aber diese Sicherheit ist nur vor kurzer Dauer. Aber nein. Generell gibt es hier keinerlei Möglichkeiten zur Flucht. Außer vielleicht unserem Lager. Könnt ihr kein neue Flüchtlinge aufnehmen? Ich würde diese Leute wirklich gerne helfen. Aber unser Lager ist so klein. Nun, ich könnte ein zusätzliches Zelt bauen. Das wäre toll. Es würde aber auch bedeuten, dass wir einen Brunnen brauchen. Ansonsten verdursten die Leute. Baue einen Brunnen. Und baue ein Zelt. Ich habe dir nichts zu sagen, Wärter. Gibt es irgendwas, was ich hier machen kann? Oh nein, hier gibt es aber ein Lagerhaus. Ja, so kann ich hier Sachen für das Flüchtlinge-Camp lagern. Gehe Zufriedenheit und Steine für den Brunnen. Den könnte ich machen. Für das andere brauche ich Seide. Wir gucken uns erstmal um, wo wohl das jetzt alles hier ist. Hier. Okay, das Flüchtlingslager ist hier. Neben den Steinbruch. Ich gucke mal, was ich zum Reparatur der Brücke brauche. Aber fürs Erste gehe ich hier erstmal runter. Ich wüsste ja nicht mal, wie ich die Zufriedenheit hier erhöhen könnte. Hier war doch noch ein kleines Häuschen. Aber herstellen kann ich hier noch gar nichts. Hier können wir noch irgendwas freischalten. Oh, ich könnte die Papierherstellung... Kirchenarbeitstisch. Schalten wir den mal frei. Bücher schreiben. Na, ich brauche hier blaue Punkte. Die sind anscheinend hier richtig wichtig. Stimmt, ich kann auch Glas herstellen. Ich muss irgendwie gucken, wie ich die ganzen blauen Punkte herstellen kann. Naja, tun wir erstmal ein bisschen Stein sammeln. Davon brauchen wir ja einiges. Deswegen denke ich, jetzt werde ich erstmal einen großen Haufen Stein besorgen. Ich frage mich eben, wie viele da wirklich reinpassen in dieses... ...vor den Ort, wo ich die ganzen Steine hinlegen kann. Nebenbei, ich sollte mal ein bisschen sortieren. Zack. Ah, hier kann ich nochmal ein ganzes Stück weitermachen. Wie viele haben wir schon? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Hoppala. Okay, nachts kommen die ganzen Fledermäuse. Zack. Okay, hier alles runterschieben. Okay, ich kann es leider nur so schieben. Ah. Das wird dann dauern, bis ich das ganze Stein darunter habe. Aber ey, dafür sind die Nächte ja da. Hier noch ein bisschen davon. Die Holzstöckchen kann ich auch gebrochen für die Farm. Okay, und von denen kann ich anscheinend immer nur zwei Stück auf einmal. Weil seitlich lässt es sich schlecht schieben. Mit so vielen auf einmal. Aber hey, ich habe eh gesagt, wir tun erstmal ein paar Ressourcen Farben, bevor wir irgendwas anderes machen. Und dann planen wir Stück für Stück, was wir als nächstes machen. Jetzt, zack, alles wegschieben. Okay, das wird wirklich eine Weile dauern. Das kann dauern, bis wir das alles hin. Aber wir brauchen halt so viele Rohstoffe bei diesem Spiel. Zumindest, wenn wir alles herstellen wollen. Aber ich glaube, danach habe ich erstmal genug Steine. Dann muss ich eigentlich wieder auf Eisen gehen. Weil die von Eisen haben wir ja wirklich so wenig. Und da oben kriegen wir keine her. Das heißt, ich müsste nach ganz oben reisen und da das ganze Eisen mit nach unten nehmen. Boah, ich glaube, so ein Holz... Oder so ein... Dieses Holz... äh, Steinbearbeitungsding kann ich oben auch bauen. Okay, das ist jetzt voll. Okay, ich kann maximal nur so viel haben. Hier fertigen. Okay, ich könnte oben auch das Eisen bearbeiten. Und so ein bisschen Eisen bekommen. Okay, fünf weiter. Hoppala. Nein, nein, so viel wollte ich jetzt nicht. Erstmal nur fünf Stück. Hier, um ein bisschen Energie zu sammeln. Und hier die ganze Energie aufbrochen. Eins nach dem anderen. Steine, Steine und noch mehr Steine. Okay, zack. Zack. Ja, dann habe ich jetzt die perfekte Menge eigentlich gemacht. Ja, Honig ist eine gute Möglichkeit, um Energie wiederherzustellen. Ich sollte doch ein bisschen auf Honig gehen. Weil bringt anscheinend sehr viel Honig. Hier, zack. Steine drauf. Herstellen komplizierte. Habe ich davon... Nein, davon habe ich doch schon zehn Stück gemacht. Davon muss ich doch gar keine mehr machen. Hier aber vom Reparatur-Set. Genau, ich brauche noch Bretter. Wie viele Bretter hätte ich denn? Gar keine. Hier komplizierte Teile, Eisen, alles... Alles da unten rein. Genauso wie die Kohle. Wir stellen jetzt erstmal ein paar Bretter her. Hier benutzen, 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 benutzen. Und hier haue ich alles rein. Und dann hole ich nochmal ein paar Bäume, damit das Lager da auch voll ist. Und dann gucke ich mal nochmal das ganze Dorf durch, ob ich irgendwo nicht doch... Hier die... Die Samen kaufen kann. Jetzt brauche ich noch was von der Rinde. Die Balken. Da haue ich einfach die ganzen Bäume hier weg. Okay. Baum Nummer eins. So acht Stück sollten passen, bis ich davon genug habe. Hier das Essen ist einfach nur super. Ich finde es cool, dass man bei diesem Spiel die Nacht durchmachen kann. Es ist ja bei den meisten solcher Spiele kannst du das ja nicht machen. Aber bei dem anscheinend ohne Probleme. Hier ist schon wieder nicht genug. Ausdauer. Zack, zack, zack. Zack. Alles nach oben schieben. Zack, zack. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal genug Steine und Bäume. Falls wir irgendwas herstellen wollen. Drei benutze ich für Balken. Drei benutze ich für Balken. Also das heißt, heute gehen wir schlafen. Das hier nehme ich mit in die Kirche. Genauso wie das. Das packe ich hier rein. Genauso wie die Stöcke. Die Kirche. Die Kirche Stöcker. Die ganzen Federmäus-Sachen tue ich erstmal hier. Genauso wie mit dem Werterschlüssel. Wohl nein, der müsste ja auch in die Kirche gehen. Das heißt, den nehmen wir mit. Hier ist das Essen. Und einmal der Bärensaft-Honig-Honig-Waden. Hier, Diebretter kommen da auch noch rein. Der Rest kommt alles in die Kirche runter. Okay. Okay. Noch einmal habe ich acht Stück, damit sollte ich die fertigen ähm die restlichen Gräber reparieren können. Zumindest ein Teil von den ganzen Gräbern. Okay, nochmal ein bisschen Essen. Ich habe vergessen, die Blumen wollte ich ja hier rüber reintun. Okay, zack, jetzt haben wir hier das Schlafen alles vorbereitet. Und nebenbei das Schlafen. Wenn wir jetzt hier voll sind und aufstehen, guckt in die untere rechte Ecke. Da steht dann, speichere Fortschritt ganz kurz. Und so speichert man das Spiel. Okay. Bauen. Mehr als eine Kiste kann ich hier noch nicht bauen. Aber ich kann hier die Sachen entfernen. Okay. Balken, Holzkeil und Eisenstücke. Balken, Holz, Eisen. Oh, da ist jemand. Was für ein toller Ort. Machen wir einen Tausch. Meine Schmiede gegen dein Haus, die Kirche und den Friedhof. Das ist ein unglaublich großzügiges Angebot, Kresswold. Aber ich fürchte... Er dachte, ich meine es ernst. Ich bin doch kein Vollidiot, der in diesem Müllkippe leben und arbeiten will. Puh. Äh, wie nett von dir. Fast wie der Bauer. Seid ihr zufällig Brüder? Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich war schon Schmied, bevor seine Uraren hierher gezogen sind. Jetzt kommst du mit mir. Verhaftest du mich? Es gibt einen Notfall im Dorf. Hoartic versammelt alle Dorfbewohner in seiner Taverne. Ich bin kein Dorfbewohner. Es gibt Vampire im Dorf. Werter, bis zum nächsten Todesfall ist es nicht weit hin. Hoartic hat nach einem Spezialisten verlangt, der sich mit den Toten auskennt. Und jetzt los. Wir sind spät daran. Denk dran, es ist deine Schuld. Okay, was passiert jetzt? Vampire? Vielen Dank, Rosa. Wir fühlen alle deinen Schmerz. Wir kennen dein Leid. Puh, langweilig. Das war das dritte und letzte Opfer des Vampirs. Für heute zumindest. Aber jeder einzelne von uns könnte der nächste sein, der ihn trifft. Kette, der Sohn des Bauern Rosa. Es fängt gerade erst an. Dorfbewohner, ich erwarte Vorschläge. Doch nicht alle auf einmal. Bitte, Corey. Dein Vorschlag zuerst. Mein Vorschlag? Ah, natürlich, Leute. Hört mir zu. Nur eine Woche lang. Corey und sein Bruder reparieren eure Veranda. Mit 15% Rabatt. Und als besonderer Geschenk gibt es ein Holzschnabeltier von Tress. Nein, das ist doch mein Lieblingsspielzeug. Geschäft ist Geschäft, Brüderchen. Äh, okay, Adam. Hören wir uns deinen Vorschlag an. Mein Vorschlag ist, jeden Dorfbewohner zwei Leibwächter zur Seite zu stellen. Vor einer Woche hat eine Bande Gule obszöne Schweinkram an meine Mauer geschmiert. Adam, das waren die Teenager aus dem Dorf. Ich habe ihnen sogar geholfen mit der Grammatik. Außerdem gibt es doch gar keine Gule. Ach herrje, Holzfäller, irgendwelche Ideen? Mein Vorschlag ist, dass wir alle aufhören, tote Tiere zu essen. Da ist ja klar, dass man dann irgendwann Vampire und anderen Blödsinn sieht. Frische Wurzeln und geschmorte Blätter, das Geheimnis eines gesunden Geistes in einem gesunden Körper. Was und auf kandierte Hühnerbein-Marinaden verzichten? Niemals. Also, das Dorf ist sich einig mit dem Vampirproblem. Eindeutig. Richtige Planung hier. Imker, bitte spucke nicht immer auf den Boden. Hast du etwas zu sagen? Ja, habe ich, Leute. Ihr seid hier nicht ganz sicher. Ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Es ist doch sonnenklar. Hinter all dem steckt mein Erzfeind, Hornissenmann. Aber fürchtet euch nicht. Meine Armee fleischfressender Bienen ist beinahe bereit. Schon bald werde ich sie auf das Dorf loslassen. Das klingt ja vielversprechend. Noch irgendwelche Vorschläge? Na toll, das Treffen ist vertagt. Das heißt, dass ihr jetzt gehen könnt. Was ist denn bei dem kaputt? Werther, hast du einen Moment Zeit? Emma, könnte ich dich bitten, die Sache auf den Grund zu gehen? Das kommt ziemlich unerwartet. Aber es ist nett, dass du dir mich anvertraust. Ehrlich gesagt hat das nichts mit Vertrauen zu tun. Aber wenn ich die Dorfbewohner frage, muss ich ihn nachher noch Steuern erlassen oder so. Deshalb macht es doch Sinn, wenn ich jemanden von außerhalb beauftrage, oder? Hm, ja klar doch. Andererseits bist du sowieso so ein freundlicher, hilfsbereiter Geselle. Vielleicht willst du uns ja umsonst helfen? Ich helfe gerne, wenn es eine Belohnung gibt. Pah, da hofft man auf den wenig Mitgefühl in diesen Zeiten der Not, aber was soll's. Was für ein gieriger Garaftson. Also gut, gehen wir nach Hause und denken nach. Finde den Vampir. Eieiei. Der ist ja wirklich geizig. Okay, verkaufen wir erstmal was, damit wir ein bisschen Geld haben. Okay. Okay, mit dem kann ich nicht reden. Sie sagt immer noch, dass ich mit ihrem Ehemann reden soll. Oh, aber ich könnte Rezepte von ihr bekommen. Na, das lohnt sie erst noch nicht. Die Papiere werde ich dann herstellen. Da muss ich mein ganzes Geld dafür nicht ausgeben. Und wenn ich schon mal im Dorf bin. Gucke ich mich in hier rum. Also, ich werde den Grab erstmal reparieren. Und dann rede ich mit denen nochmal. Die Taverne. Der ist nicht da, der Schmied ist da unten. Versuchen wir mal unser Glück beim Schmied. Irgendwas wird der schon für uns haben. Okay, reden, handeln. Na, der hat überhaupt nichts für uns. Wäre auch zu schön gewesen. Wäre auch zu schön gewesen. Okay, was wäre weiter oben? Okay, hier wäre der Handel mit Eiern. Ob das so gut ist, weiß ich auch nicht. Okay, versuchen wir es bei dem Rest. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich hier irgendwo Samen sonst herkriege. Eigentlich habe ich hier überall schon mal geguckt. Und der liebe Inka. Aber auch nichts, was wir wirklich gebrauchen können. Okay, ich versuche mal mein Glück mit dem Grab. Es kann ja sein, dass es denn das Erlebnis ist. eben glaube ich. Pause. Ich versuche mal alles. Und wer lernen. Da, was.